Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Heute der Tag 3 im Aufbau der Bodenplatte des Steges. Zurzeit finden Justierarbeiten statt. Die einzelnen Plattenelemente werden plan ins Wasser gestellt. So wie es aussieht, sitzen die Elemente jetzt richtig. Wir werden jetzt die einzelnen Verschraubungen angebracht. Die letzten drei Elemente zum Anschluss an den Querbahnsteig liegen schon bereit. Blicken wir noch hinüber auf die andere Seite. Hier wurden die Träger für die Bodenplatte montiert. Und wir können noch eins beobachten. Die Franki-Ramme ist transportfähig zusammengeklappt. Man kann davon ausgehen, dass in diesem Bereich das Setzen der Rammfähle abgeschlossen ist. Die Realität im Bereich der Pfit. Die Niveau ist in der Schmutzplatz. Der Kloiste ist in der Klo-Klo-Klo-Serie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.